In diesem Video möchte ich euch die Funktion Spotmatic an der neuen Tetrix XQ mit der Expert 3.0-Steuerung erklären. Wenn ihr dünne Bauteile, wie zum Beispiel diese 2 mm Bleche, verheften wollt, ist die Spotmatic-Funktion genau das Richtige für diese Anwendung. Mit der Spotmatic-Funktion könnt ihr gezielt kleine Heftpunkte setzen. Wie ihr gesehen habt, kann ich mit der Spotmatic-Funktion auch Heftpunkte setzen ohne Anlauffarben oder Durchbrand auf der Rückseite. Somit kann ich zum Beispiel auch Rohrverbindungen vorheften ohne Formiergas. Um zur Spotmatic-Funktion zu gelangen, drückt ihr beim WIC DC schweißen unten links die Taste neben dem Drehrad und wählt dann Spotmatic an. Wie ihr seht, verändert sich schon die Ablaufkurve auf dem Bildschirm. Ich kann jetzt verstellen meine Gasvorströmzeit, den Nadeldurchmesser, den Zündimpuls, unseren Schweißstrom, die Schweißzeit oder die Punktzeit in diesem Fall und das Gasnachströmen. Zum Einstellen der Parameter könnt ihr, wie bei den anderen Geräten auch, durchdrehen, die Leistung verstellen zum Beispiel und kurzes Klicken zwischen den verschiedenen Parametern durchwellen. Als nächstes möchte ich euch die Spotmatic-Funktion an einem Beispiel erklären. Dazu nehmen wir die zweimal ein Millimeter Bleche in Edelstahl und möchten die Stoß aneinander heften. Dazu wähle ich die Parameter 150 Ampere mit einer Schweißzeit oder einer Punktzeit von 75 Millisekunden. Das Schweißen mit der Spotmatic-Funktion ist im Vergleich zum normalen Wickschweißen etwas anders. Das heißt, wenn ich den Brennertaster drücke, aktiviere ich die Spotmatic-Funktion und der eigentliche Schweißprozessstart entsteht darin, wenn ich die Wolfram-Elektrode auf das Werkstück einmal kurz auftippe und wieder wegziehe. Danach wird unmittelbar der Schweißprozess gestartet. Als kleiner Tipp, wenn ihr besonders bei dünnen kleinen filigranen Bauteilen Heftpunkte setzen wollt mit der Spotmatic-Funktion, könnt ihr die Gasdüse auf das Werkstück aufsetzen und dann über die Gasdüse abrollen und auf das Werkstück auftippen. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, muss ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Schweißpunkt setze, den Prozess wieder neu freigeben. Das heißt, den Brennertaster drücken. Das kann man im Hintergrundmenü verstellen, indem man ganz einfach hier oben die Taste rechts klickt, dann auf Setup geht und runter scrollt zu Spotmatic. Die Einstellung für die Prozessfreigabe finde ich hier unten und kann dann einstellen separat, also jeder Punkt einzeln oder permanent, das heißt einmal Brennertaster drücken, der Prozess ist freigegeben. Nochmal der Brennertaster drücken, Prozess ist nicht freigegeben. Als weitere Punkte könnt ihr noch die kurze Punktzeit einstellen, das heißt die Umstellung von Millisekunden auf Sekunden und die Zündung durch die Werkstückführerung deaktivieren. Das heißt, die Prozessfreigabe erfolgt nicht durch Auftippen der Wolframmelektrode, sondern durch Drücken des Brennertasters. Damit ihr auch nicht immer alles einzelne Bedingungsanlagen nachlesen müsst, haben wir zusätzlich durch Klicken der Taste unten rechts ein Infofeld eingefügt, wo ihr nochmal alles detailgetreu nachlesen könnt. Solltet ihr dieses Infofeld, das heißt die Taste, bei eurem Gerät nicht haben, dann könnt ihr euch im Online-Shop kostenfrei das Update herunterladen und mit einem USB-Stick auf das Gerät einspielen. Als nächstes zeige ich euch noch ein Beispiel, wieder mit den 1 mm Edelstahlblächen an einer Außenecknaht. Zusätzlich deaktiviere ich die Zündung durch die Werkstückberührung. Für das nächste Beispiel wähle ich die Parameter 135 Ampere und eine Punktzeit von 65 Millisekunden. Wie ihr jetzt seht, halte ich den Brenner nur an die zu schweißende bzw. zu heftende Stelle und drücke den Brenner-Taster und sofort wird der Schweißprozess gestartet. Wie ihr gesehen habt, ist das Schweißen mit der Spotmarting-Funktion super einfach und besonders vorteilhaft von kleinen und filigranen Bauteilen. Die Funktion Spotmarting gibt es natürlich nicht nur in den neuen Tetris-Geräten, sondern auch in den Vorgängermodellen.